Hallo und herzlich willkommen zu Homöopathie einfach erklärt. Ich bin Petra Merker, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie in Darmstadt und im heutigen Video geht es um eine Versorgungsstudie zum Thema klassische Homöopathie, die die SecurVita Krankenversicherung gemacht hat. Im September 2020, also vor nicht allzu langer Zeit, hat die SecurVita Versicherung eine interessante Studie zum Thema Homöopathie veröffentlicht. In der Studie wurde gezeigt, dass eine homöopathische Behandlung für die Krankenkassen aus wirtschaftlichen Aspekten heraus sehr attraktiv ist, da eine homöopathische Behandlung die Kosten der Krankheitsbehandlung drastisch minimieren kann. Es wurde gezeigt, dass Kinder, die homöopathisch behandelt wurden, seltene Antibiotika bekamen als konventionell behandelte Kinder, also die, die schulmedizinisch behandelt wurden. Zudem hat sich auch der Antibiotika-Einsatz in der über drei Jahre laufenden Beobachtungszeit der Kinder ab dem zweiten Jahr der Behandlung, also der homöopathischen Behandlung noch weiter, wie wir hier auf der Grafik sehen kann, reduziert. Warum der Antibiotika-Einsatz sich allerdings erst ab dem zweiten Jahr der homöopathischen Behandlung drastisch reduziert, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil bei mir in der Praxis es so ist, dass sobald ein Kind in homöopathische Behandlung kommt, eigentlich gar kein Antibiotika-Einsatz mehr notwendig ist, weil das alles homöopathisch behandelt werden kann im Prinzip. Zumindest die Erkrankungen, die auftreten, habe ich bis jetzt ein oder zwei Patienten gehabt, wo ich mal auf Antibiotika zurückgreifen musste, also den Patienten in eine schulmedizinische Behandlung überweisen musste. Aber das ist wirklich eine Ausnahme und ich arbeite jetzt schon 16 Jahre mit der klassischen Homöopathie und erlebe sowas, wie gesagt, so gut wie eigentlich nie. Als Kind zum Beispiel hatte ich andauernd eine Bronchitis und bekam dafür auch immer Antibiotika von meiner Kinderärztin verschrieben, was ich natürlich auch immer eingenommen habe, weil damals kannte meine Mutter die Homöopathie leider noch nicht und das war die einzigste Möglichkeit und das Vertrauen zu der Kinderärztin war natürlich auch da. Das erlebe ich leider auch heute noch, auch bei den kleinen und auch bei den großen Patienten, dass häufig Antibiotika verschrieben wird, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist. Am 5. November 2018 gab es neue Zahlen, die im The Lancet Infectious Diseases veröffentlicht wurden und hier wurde untersucht, beziehungsweise es gab eine Studie innerhalb der EU, die untersucht hat, inwieweit die Krankheitslast durch Infektionen mit Antibiotika-resistenten Erregern eben vorhanden ist. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, war auch daran beteiligt. Es wurden die Jahre zwischen 2007 und 2015 angeschaut und herausgefunden, dass die Anzahl der Todesfälle durch Kabapenem-resistente Klebsiella Pneumonia in diesem Zeitraum in der EU sich versechsfacht hat. Die Anzahl der Todesfälle durch Echerichia coli mit Resistenzen gegen Cephalosporine sich vervierfacht hat. Laut dieser Studie erkranken in der EU ca. 670.000 Menschen jährlich an Infektionen, die eben Antibiotika-resistente Erreger verursachen. Und es versterben ca. 33.000 Menschen pro Jahr an resistenten Keimen. Und die Anzahl, nehme ich an, wird sich in den nächsten Jahren steigern. Beziehungsweise, das ist ja eine Studie, die bis 2015 sich die Erkrankung angeguckt hat, sodass ich davon ausgehe, dass heute 2021 das nochmal drastisch zugenommen haben dürfte. Und im Darm sitzt ja auch ein großer Teil unseres Immunsystems und wird durch die Antibiotika-Einnahme dann mit zerstört, sodass dann auch andere Probleme im Immunsystem auftreten können. Am Max-Dellbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin hat ein internationales Forscherteam untersucht, wie sich Breitbandantibiotika auf das Zusammenspiel der Darmbakterien auswirken. Und das wurde jetzt im Deutschen Ärzteblatt vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Die Forscher haben festgestellt, dass die meisten Bakterien sich eine Zeit nach, ein halbes Jahr nach der Antibiotika-Behandlung wieder erholt und regeneriert haben, aber eben nicht alle. Und es gab auch Bakterienarten, die eben dann dadurch dauerhaft verschwunden blieben. Forscher fanden zudem heraus, dass nach der Antibiotika-Behandlung zuerst sich Bakterien vermehrt haben, die eben krankmachende Eigenschaften besitzen, wie Enterococcus fezialis oder Fusobacterium nucleatum, die aber nach einiger Zeit dann durch nützliche Bakterien wieder ersetzt wurden, also durch Milchsäure produzierende Bifidobakterien zum Beispiel. Nach sechs Monaten wurde dann die Stuhlflora wieder untersucht und festgestellt, dass sich auch die Anzahl der Resistenzgene in den Bakterien erhöht hat. Da das Darmimmunsystem mit seinen vielen Bakterien ein sehr fein eingestelltes System ist, ist es natürlich auch sehr anfällig für Antibiotika-Therapien oder andere Faktoren, die das eben stören können. Wenn es aus dem Gleichgewicht gerät, können Infektionen die Folge sein. Es kann Übergewicht oder Diabetes entstehen oder auch entzündliche und neurologische Erkrankungen, wie die Forscherin Sophia Forslund bestätigt. Das weitaus größere Problem ist aber allerdings die Resistenzbildung, sodass Antibiotika in wirklich notwendigen Situationen dann teilweise auch gar nicht mehr wirken. Die Anfangszeit in meiner Praxistätigkeit hatte ich immer das Gefühl, dass es da so einen doppelten Boden gibt für mich und den Patienten. Für den Fall, dass ich mal nicht das richtige homöopathische Arzneimittel finde, dann hätte ich immer noch die Möglichkeit gehabt, den Patienten zum Arzt zu schicken und der hätte dann ein wirksames Antibiotika verschrieben. Das musste ich bisher, Gott sei Dank, noch nicht so oft in Anspruch nehmen. Aber mittlerweile weiß ich, dass wenn die Patienten zu mir in die Praxis kommen, dass ich diesen doppelten Boden eben eventuell nicht mehr habe, weil sich immer mehr Resistenzen schon gebildet haben gegen Antibiotika. Und so kommen auch mittlerweile Patienten zu mir, die eben, weil kein Antibiotika mehr hilft, in die Praxis kommen und eben eine Krankenhauseinweisung umgehen wollen, indem sie jetzt nochmal alternativ eine homöopathische Behandlung versuchen. Ja, das ist echt ein Drama, weil dieser doppelte Anker einfach fehlt und ich dadurch natürlich auch in der Praxis einem höheren Erfolgsdruck ausgesetzt bin, weil ich eben weiß, dass auch ganz viele Patienten daran versterben, weil eben kein Antibiotika mehr hilft. Hier an dieser Stelle klopfe ich wirklich mal auf Holz. Bisher hatte ich nämlich das Glück, den Patienten, die kamen, immer helfen zu können, sodass eben ein Krankenhausaufenthalt nicht notwendig wurde. Aber ich möchte gar nicht daran denken, wenn das einmal nicht der Fall ist. Das wäre natürlich die große Katastrophe. Kommen wir aber mal zurück wieder zur Studie der SecurVita-Krankenkasse. Auf der zweiten Grafik sehen wir, dass bei Kindern, die von Geburt an homöopathisch begleitet wurden, eine Antibiotikagabe um 17% zurückging, während bei den nicht-homöopathisch behandelten Kindern die Antibiotikagabe um 74% anstieg. Auch hier kann ich wieder diese 17% nicht so ganz verstehen. Ich meine, das ist schon ein gutes Ergebnis, 17%. Aber wenn man bedenkt, was eine homöopathische Behandlung, wenn sie richtig eingesetzt wird, dann auch leisten kann, ist das doch relativ eine geringe Anzahl. Ja, aber vielleicht liegt das auch daran, dass manche Ärzte die Homöopathie so ein bisschen schulmedizinisch einsetzen. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, wie die homöopathische Behandlung da gelaufen ist. Genau, aber die 17% sind meines Erachtens doch relativ wenig. In einer weiteren Analyse wurde dann auf die Arbeitsunfähigkeit von homöopathisch behandelter Patienten mit Depressionen geschaut und festgestellt, dass sich die Tage der Arbeitsunfähigkeit um 16,8% verringerten und die Krankenhauseinweisungen um 9,8% runtergingen. Was die Dauer eines Krankenhausaufenthaltes betrifft, sank dieser um 25%. Und bei der nicht-homöopathisch behandelten Gruppe nahmen sowohl die Tage der Arbeitsunfähigkeit mit 17,3% und auch die Krankenhauseinweisungen mit 32,6% zu. Also homöopathisch behandelte Patienten bedeuten so für die Krankenkasse eine enorme wirtschaftliche Ersparnis schon alleine, was die Krankenhauseinweisungen und die Arbeitsunfähigkeit betrifft. In der Studie hat sich zudem gezeigt, dass krebserkrankte Patienten und Patientinnen seltener Antidepressiva gebraucht haben als Patienten, die in der Vergleichsgruppe waren. Außerdem verringerte sich die Einnahme von Schmerzmitteln im Verlauf der homöopathischen Behandlung, wohingegen die Schmerzmitteleinnahme in der Vergleichsgruppe anstieg. Bei nicht-homöopathisch behandelten Kindern traten Beschwerden wie Asthma, Neurodermitis und Allergieerkrankungen immer häufiger auf, was wahrscheinlich an der häufigeren Antibiotika-Einnahme auch lag, wohingegen sie bei den homöopathisch behandelten Kindern abnahmen, weil ja einfach auch während einer homöopathischen Behandlung das Immunsystem moduliert wird, sodass es einfach wieder gut funktionieren kann, so wie es funktionieren soll. Und Herr Hartmann, der Vorstand von der Securvita-Versicherung, sagt, Zitat, Die Studie ist ein starker Beleg dafür, dass die Homöopathie eine Bestätigung als besondere Therapierichtung und einen angemessenen Platz in der Gesundheitsversorgung verdient. Ja, mit diesem Schlusssatz möchte ich auch schließen, weil da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Der Meinung bin ich schon lange. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.